Die E-Meile in Karlsruhe. Hier testen Studenten selbstentwickelte Elektromodelle. Mit dabei Fahrzeuge, die ohne große Batterie auskommen. Genau wie das E-Quickie. Es zieht die Energie aus Leiterbahnen am Boden. Solche Elektrofahrzeuge sind unabhängig von einer Steckdose und fahren fast wie Straßenbahnen. Professor Jürgen Walter ist der Motor der geistigen Bewegung und Spezialist für Elektromobilität. Er forscht an neuen umweltfreundlichen Fortbewegungskonzepten wie dem Elektrolaufrad. Das ist ein Fahrzeug, das hat Karl Dreis ursprünglich entwickelt. Er hat damit sozusagen das erste Fahrrad oder den Vorlauf vom Fahrrad entwickelt. Und ich stelle mir natürlich die Frage, was würde Karl Dreis heute machen? Er würde auch verschiedenste Dinge entwickeln, die die Mobilität befördern. Das können neue Batterien sein oder am besten noch ohne Batterien. Das wäre natürlich das Allerbeste. Das heißt, ich ziehe den Strom aus der Straße heraus und kann dann mich frei bewegen. Die Fahrzeuge von morgen sollen stark Gewicht verlieren. Da ist eine Batterie eigentlich schon viel zu schwer. Das Karlsruher Studententeam tüftelt fieberhaft an neuen aerodynamischen Fahrzeugen als Modellauto für die Zukunft. So eins wie dem E-Quickie. Ja, also es soll relativ leicht sein, kein Gewicht, der Luftwiderstand soll relativ gering sein. Und das sind so die wichtigsten Komponenten eben, um das zu gewährleisten, dass ich wenig Energie eben brauche, um das Fahrzeug reinzustecken. Die wenige Energie, die es noch braucht, zieht das E-Quickie dann kontaktlos über Leitung aus dem Boden. Das funktioniert über Induktion, wie bei einer elektrischen Zahnbürste oder einem Induktionsherd. Die Energie wird von einem Drehstromnetz gewandelt und an Leiter übertragen, die im Boden liegen. Und das hier ist der Übertragerkopf, der ist unterm Fahrzeug angebracht. Und der Übertragerkopf nimmt die Energie aus den Leitern auf. Und nach dem Übertragerkopf ist ein Anpasssteller. Und dieser wandelt dann die Energie und leitet es an die Batterien weiter, beziehungsweise direkt an den Motor von dem Fahrzeug. Beim E-Quickie, genauso wie bei diesem E-Card, sind trotzdem noch kleine Pufferbatterien an Bord. Aber warum eigentlich? Also die Batterien, die hier im Fahrzeug eingebohrt sind, die sind dafür da, dass wenn man jetzt mal nicht genau über dem Linienleiter fährt, zum Beispiel in der Kurve und von der Strecke etwas abkommt, dass man dann eine gewisse Zeit überbrücken kann, um wieder genau auf dem Linienleiter zu fahren. Auf Geschwindigkeit legen die neuen Fahrzeuge hier keinen besonderen Wert. Sie sollen ja auch nicht auf den Autobahnen rasen. Das Auto der Zukunft ist für mich leicht, leise und langsam. Wir wollen nicht Autos bauen, die sicher sind. Die beispielsweise sicher insofern, dass ich 120 oder 150 Stundenkilometer gegen die Wand fahren kann. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern wenn wir langsamer fahren im städtischen Verkehr, dann haben wir Mobilität und brauchen nicht diese hohen Sicherheitsvorkehrungen. Denn das bedeutet wiederum Masse. Wenn wir maximal 50 Stundenkilometer fahren, haben wir Konzepte, um da genauso sicher zu sein wie mit bisherigen Autos auch. Besonders leicht macht das E-Quickie die Verkleidung aus Carbon. Für die Aerodynamik haben die Studenten einen virtuellen Windkanal programmiert. Damit konnten sie das Fahrzeug so windschnittig wie möglich bauen. Die Elektromodelle von morgen sind also vor allem energieeffizient. An ihren Anblick müsste man sich allerdings noch ein bisschen gewöhnen.